Mein Name ist Christian Heufs. Wir haben einen Gartenbaubetrieb in Strahlen am Niederrhein. Wir produzieren hier Toppflanzen. Meine Frau und ich haben hier vor acht Jahren begonnen und sind in den elterlichen Betrieb eingestiegen, haben damals 500.000 Pflanzen produziert, sind inzwischen auf dreieinhalb Millionen Pflanzen hochgegangen und die Kulturen, die wir produzieren, sind in der Hauptsache Stauden, Kalunen und unter Glasbäde und Balkonpflanzen. Die Natur liegt uns sehr am Herzen, weil wir so nah mit den Elementen zusammenarbeiten. Wir sind nach MPSA und nach Global GAP zertifiziert, sodass wirklich nachhaltig daran gearbeitet wird, dass hohe Qualität entsprechend beim Kunden ankommt. Was uns besonders macht, sind unsere beiden Marken. Das eine ist die Rock Collection. Diese Pflanzen aus der Rock Collection sind alle winterhart, erhältlich von Januar bis August in einer super Qualität im 13 cm Topf. Ergänzt durch die Sunny Collection, erhältlich ab Mai bis August. Beide im gleichen Format, was das Etikett angeht. Beide in perfekt aufeinander abgestimmte Konzepte, wo man super Mixcontainer daraus bauen kann und wo der Handel in den letzten Jahren wirklich viel Freude daran finden konnte. coronavirus. bis устрой, Biengeois. biswan Film 8 COP BELTU willkommen geben action еюсь Vielen Dank.